Moin moin und herzlich willkommen zurück zu der pokémon blicks black im zeichen der nassau challenge wir wollen jetzt noch unseren kollegen helfen der ist ja auch nicht alleine gebacken kriegt gegen die ganzen deswegen habe ich mir gerade gedacht doch kommt stellen wir uns mit dazu und wollen ein bisschen mit dem kuscheln team plasma auch ein wenig beglücken gott ja sechs pokémon ein gift und ein boden und licht sind wir eigentlich ziemlich gut gegen ich denke ich werde mich erst mal erst mal pushen wow das war gut das war sogar sehr gut und blinkt es blinkt mit dem level ab wo hoha und es vergiftet das heißt es tut das ist gar nicht so viel obwohl die greifen speziell an deswegen ist das eigentlich relativ egal ich mache noch mal volk ab einfach weiß kann boah alter hier der rasch das alleine seht ihr der braucht gar keine hilfe der macht das alles allein wenn ich mich ein bisschen pusher kann der ja ein bisschen draufhauen das ist eine gute idee noch ein gift pokémon wir haben natürlich nichts gegen gift pokémon haben wir die vier jetzt noch um hier warm oder auch nicht zwar nicht sehr effektiv ist das wie tot jetzt schauflein okay das ist kein problem ich wollte gerade sagen das ist kein problem aber wir sind vergiftet das ist doch so ein bisschen problematisch ich werde mich erst mal um das gift kümmern ein full restore habe ich nicht ne nein hier mein yamcha nimm ein eis da bist du geheilt eis heilt alle wunden ouch und ich bin schon wieder vergiftet was ist denn das ich glaube ich sollte da raus das mag ich jetzt auch ich setze Mimia ein Mimia da am besten chancen gegen glaube ich alter dankeschön du spacken aber gut dass ich es so ausgeswitcht habe so habe ich weniger schaden gekriegt das hätte mich wahrscheinlich mein pokémon gekostet so jetzt kann ich auch mal draufhauen mit stress nein bulldoze come on mach dropstart okay toll jetzt geht meine attack ins leere fuck ja ist gut wiesing ja da kann ich das sowieso vergessen äh mach noch strength gegen egal hau drauf aha what are you doing there i don't know what to make to do now 13 geht doch war das drachenodem ich glaube schon ne hau 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 wie süß das hieß tot sucka punch okay wow das war ein instant oh gott das ist die versteckte fähigkeit von mag nein oder na egal kein problem für uns ne das können wir nicht gebrauchen mit umkehrungen ja aber nicht so alter schwede ey haben wir sie alle besiegt alle haben auf die fresse gekriegt warte ist going on ach hier kommt der ober spacko fucko müssen wir jetzt gegen den auch noch kämpfen once again we will use the legendary dragon chip pokemon ja Ja, da habt ihr ja verkackt. Oh Gott, was ist jetzt denn los? Hä? So, Shadow Triad, ist okay. Aha. Rishiram und Sikrum, ja. Ähm, I'm going to heat to root 6. Be careful. Ich werde careful sein. Ich überlege gerade, ob wir Pokémon fliegen. Ich glaube nicht, ne? Nee. Wir fangen jetzt mal ein paar Pokémon. Der Andi hat es ja geschrieben und ich, bevor ich es vergesse, mach ich das mal eben. Und ich werde den Rahmen deswegen jetzt nicht extra ändern, nur weil ich Pokémon austausche, weil ich das nur zum Fliegen nutzen möchte. So, Hauptsache, ich finde jetzt auch direkt die Orte, wo das war. Nein, ich wollte Move-Pokémon machen. Move-Pokémon. Den können wir denn gar nicht gebrauchen. Auf jeden Fall brauchen wir dich. Swarones. Gegen. Ich glaube, Schwirbel kann man ein bisschen entbehrt werden. Passt schon. So, einmal heilen. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt, um legendäre Pokémon zu fangen. Also, er sagte, mit dem Schiff kann ich fahren zu einem Ort, wo wir ein Pokémon begehen können. Und wir können da, wo der Untergrund ist. Okay, ich weiß wo. Das ist beides in derselben Stadt, glaube ich. War das hier? Nee, hier in der großen Stadt war es, ne? Kastlea City. Vom Prinzipien können wir auch nur Eis holen. So, wen habe ich vorne im Moment? Ach ja, die Stadt, die laggt. Oh Mann. Mann, oh. Was soll denn das? Gehen wir erstmal in den Untergrund. War das da? Jo. Nee, das Schiff können wir nicht besteigen. Dann war das ein anderes. So, damit wir uns keine Pokémon nerven. Ja, natürlich habe ich halt, äh, habe ich die... Nein, das wollte ich gar nicht. Habe ich ja die Klaus drin, dass ich, äh, shiny Pokémon fangen darf. Aber, das ist mir relativ egal gerade. War das hier? Scheint so, ne? Ja! Hier können wir Pokémon fangen. Wie geil. Münstern. Wo bist du? Hallo. Na komm. Ach, hier habe ich noch Schutz an. Tudu, tü. Bin mal gespannt, was wir hier fangen können. Ja. Schutz darf wohl langsam mal vorbei sein. Nein, ich möchte nicht. Das gibt's doch nicht, oder? Äh, äh, äh. Ah, jetzt. Ein Wulpix. Wie süß. Great Boy, los. Ich habe auch schon einen Namen für das Vieh. Für das Vieh, für das Pokémon. Wenn ich das sehe, dann muss ich immer an den, äh, an den Menschen denken. Ach, Quick Boy haben wir auch einen. Auch cool. Komm. Ach, Wulpix. Komm, mach doch kein Heckmeck hier. Egal. Ultra Boy, los. Vor dem hin. Jawoll. Wulpix wurde gefangen. Ein Feuer Pokémon. Oh yeah. Ja, bitte. Vanessa. So, wir haben einen Pokémon gefangen. Very nice. So, jetzt müssen wir noch einen Ort erkunden. Ich hoffe, ich finde das Schiff auch direkt, wo wir mit hinfahren können. Wohin auch immer. Ich bin mal gespannt, was man da so schönes fangen kann. Andy sagt auf jeden Fall, hey, da kannst du was fangen. Aber nimm dir genug Pokébälle mit. Ja. Mal schauen. Erstmal die Frage, wo ist denn das Schiff? Und das geht mir gerade ein bisschen zu langsam. Was ist das hier? Hallo, kann ich mit dir mitfahren? Aha. Okay, hier nicht. Gut, dann zum nächsten Hafen. Du, 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 du. Kann ich mitfahren? Ja, gerne. Ach, hier war ich aber schon mal. Was soll das denn? Nein. Nein, geh doch mal raus. Nein, das war okay. Mit Motz-Geschwindigkeit. Yay. Bin schon mal jetzt schon wieder verkackt. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Pokémon was zu fangen können. Kann ich mit dir mitfahren? Nein. Ich fahre nochmal in die Stadt zurück, weil ich weiß, dass man da... Ach, ich habe gar keinen Surfer, fällt mir dort ein. Aber... Moment. Vielleicht kriegen wir das Surfer jetzt von Charon. Der ja zu Route 6 gegangen ist. So. Buchmann haben wir hier ja schon gefangen. Alter, noch 14 Stück. What the fuck? Oh, nein, nicht die Trainerin. Oh, die fackt so ab. Ohne Scheiß, dass man jedes Mal wieder gegen die antreten muss. Das ist so nervig. Oh, Mann, ey. Ich meine, zum Trainieren okay. Aber... Naja. Ihr wisst schon. Unnötige Zeitverschwendung. Mein Gott, warum gehst du mir nicht aus dem Weg? Das müsste eigentlich ein One-Head sein, oder? Das sind aber langsam. Es hat nicht gereicht. Oh mein Gott. Egal. Das war ein bisschen unnötig. Boah. Noch Level up. Sehr geil. Grottel. Boah. Die hätte ich fürs Training benutzen können, die Olle. Für die Arena. Ja, dann wäre ich schon auf der Route gewesen. Was war das denn jetzt? Du hast eine vierfach Schwäche gegen Eisattacken. Warum bist du nicht tot? Willst du mich verarschen? Arschloch. Arschloch. Dengu macht das schon. So. Okay, wir können hier gleich auch nochmal herkommen. Komm. Da willst du. Oh, ich will da nicht rein. Jetzt muss ich auch noch. Aha. Oh, Surfer. Jawoll. Dankeschön. Ich hab's gewusst. Ich hab's im Urin-Gart, Leute. Danke. So, und jetzt können wir das nochmal versuchen. Fly high. Mann. Was ist jetzt hier? I don't know. Nee, du warst das nicht, ne? Süße. Komm weg igen. Na wann denn? Lauf, Schlampe. Lauf. Nicht. So. Hallo. Fahr mich mal bitte zurück. Danke. Wahrscheinlich hätte ich da jetzt auch hinfliegen können. 95 Stärke. 5 sogar mehr. Ähm, was machen wir weg? Ja, physisch und speziell bin ich gleich ausgelegt. Und ich will den Aquajet gerne noch ein bisschen behalten. Einfach, weil ich's kann. Ach ja, die nette Gift-Arena hier, die mir so Bauchschmerzen gemacht hat. So, wie komm ich da jetzt nochmal runter? Da. No. 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 Hä, wo bin ich denn jetzt hier? War ich hier schon mal? Ja, anscheinend war ich hier schon mal. Alter, wie das leckt. Ach, scheiße. Ich hab jetzt Schutz benutzen müssen. Nein. Auf jeden Fall kann ich hier Pokémon fangen. Das ist ja schon mal etwas. Für die Stadt ein Pokémon. Was haben wir da? Match-Bombe! Wie geil! Netter Move. Uhu. 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 Und das war's schon. Ich dachte, hier wär jetzt noch was Besonderes oder sowas. Aber anscheinend nicht. Schade Schokolade. Okay, dort runter surfen. Moment. Und ich komm gar nicht an das Schiff vorbei. Ach, fuck. Jetzt bin ich da tatsächlich reingeschwommen. Oh. Sorry, aber hab ich keinen Bock drauf. Ja, da hab ich halt die Route verkackt. Ist mir egal. Darum war ja nix. Nee, ist nix mehr. Alles klar. Nee, sonst ist hier nix. Ich hab gedacht, hier wär noch was. Andi, schreib's mal in die Kommentare, was ich jetzt falsch gemacht hab' oder wo ich eigentlich hin sollte. Ich hab das Gefühl, ich hab's irgendwie nicht richtig gemacht. Egal. Was haben wir da denn? Wie komm ich da denn hin? Aha. Egal. Egal. Na gut. Dann holen wir uns mal eben das Porygon ab. Machen wir das auch noch eben in diesem Part. Ist ja kein Problem. So, und dann können wir beim nächsten Mal vielleicht sogar schon hier, äh, nachhaltig und so, ähm, erst mal unser Dings abgeben. So. Du gehst weg. Damit haben wir Platz frei für Porygon. Und ich glaub, wir können Porygon dann auch schon direkt entwickeln zu Porygon-Z oder Porygon-Z, äh, 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 zwei. Das könnt ihr entscheiden, Leute. Was soll, was wollt ihr lieber sehen? Porygon-Z oder Porygon-Z? Das ist in unseren Händen. Da wir schon was gefangen haben, kann ich jetzt so rüber surfen. Haha. Herzschuppe, yay. Können wir jetzt auch, konnten wir auch kaufen, oder nicht? Wer irre ich mich da jetzt? Ich glaube schon. Ah, natürlich kommt jetzt ein Pokémon. Uh, Tranquil. Es ist ein Tranquil. Ich bin viel zu laut. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Der da? Yes, bitte. Yay, Porygon erhalten. Ein geschenktes Pokémon, yes. Ähm. Äh, nein, nicht. Nein, Babe, hatte ich schon mal. Äh. Ich nenne dich die Menschen. Fällt mir kein anderer Name zu ein. Ist auch ein neutraler Name. Die Menschen. Dimension. Oh yeah. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, gucken wir uns das mal an. Wir haben noch einen Augenblick Zeit. Level 30. Yay. Ein Shiny. Das ist ein Shiny. Oh mein Gott. Angriffsminus und ein Spezial-Defense-Hochwesen. Okay. Da man das sowieso mit Spezial-Angriff spielt, ist das gar nicht so schlimm. Okay. Die Fähigkeit ist auch gut. Geil. Nett. Nett, nett. Ja, ihr entscheidet. Was soll das werden? So, jetzt mal eben schnell wieder zurück zur Stadt. Und beim nächsten Mal wollen wir hier die Wasserroute dann eben zu Ende erkunden. Oh mein Gott. Dengu, benutze einfach mal einen Schutz. Das wäre mal eine Maßnahme. Okay. Aber auf die kurze Strecke lohnt sich das doch gar nicht mehr. Ja, du hast recht. Okay, okay, okay. Daniel, du hast um und zu auch mal nette Ideen. Warum surfe ich da eigentlich nicht runter, Mann? Ja. Dengu verwandelt sich in Super Saiyan. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Sie wollen mich nicht in Ruhe lassen. Ich liebe dich nicht. Geh weg. Du bist scheiße. Jetzt. Oh, nein. Oh mein Gott. Oh. Nein. Nein. Zerf nicht. Ah. Tu's nicht. Nein. Ich wollte da nicht hin. Ich wollte da hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist der Oh mein Gott Part. Oh nein. Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Science. Let's Play. Pokémon Alpha. Ach, Alpha. Mann. Pokémon Blaze Black 2 im Zeichen der Nassauk Challenge. Schaust da rein. Schaust da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dengoku Senpai. Bis zum nächsten Mal.